Das ist alles. In Ordnung. Seht ihr dieses Gewölbe im Süden? Dort ist die Himmelsscherbe. Dort ist sie. Die Himmelsscherbe. Oh! Oh! Super! Weicht aus und schlag dann zurück! was habt ihr gerade die energie dieser scherbe absorbiert unglaublich nicht ganz was ich vor hatte aber wir können damit arbeiten lasst uns zurück zum toten